hallo leute willkommen zurück zu markt 8 deluxe auf der switch wir machen heute den online turnier modus wir machen regional und starten mit 3700 punkte viel spaß so da sind wir wir starten mit joshi und seinem geilen roller und sind auf der wolkenstraße heißt das so oder piste keine ahnung ist ja auch egal der stoff hier vor der joshi junge der wurde ja auch vorgestellt noch nicht joshi war wenn ihr gesehen habt wenn nicht guckt euch das video an von der e3 von der nintendo spotlightshow da haben sie den trailer gezeigt kann ich euch am ende vom video noch mal verlinken der wird ohne schlecht werden nämlich mal starten an der neue joshi oh der war knapp trotzdem bin ich jetzt hier nein da kommt der blaue so eine verdammte piss scheiße oh glück gehabt in dem moment kam gerade ein blitz aha wie geil ist das denn Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich bedanke mich. Macht's gut, Leute. Nein, Spaß. Weiter jetzt. 21 Punkte. Jawohl, ja. Wo sind wir denn? Ich dachte, wir fahren. Naja. Habe ich mich wohl verguckt? Wir sind im Dschungel. Keine Ahnung, wie die Strecke heißt. Mann, wenn er beim Mittelfeld ist, dann ist man so verloren, ey. Bei dem Piss-Bick. Oder letzter. Also wir sind letzter. Entschuldigung. Mann. Hast du dich verschluckt? An meinen Panzern? Blöde Blume. Mann, ihr wolltet gar nicht treffen. Wim. Hh-h-h-h-hww. Jawohl, ja. Hä, was war denn das? Warum? Was war denn das? Ich habe nichts gesehen. Was steht das ja an dir? Warum wir nicht rankommen? Ah, der war dumm. Ich kriege hier so einen blöden Bumerang. Was ist das mit der Scheiße? Ach, Mann. Man müsste die kaputt machen können mit dem Bumerang. Ja, Glück gehabt. Von ersten auf den sechsten Platz. Naja. Aber wir haben ja noch Glück gehabt. Eigentlich wären wir ja siebter geworden. So, da sind wir. Exide Bike. Durekke. Juter alter NES Klassiker. Oh, oh. Auf dem Gameboy hatte ich das damals. Auf dem Ur-Gameboy. NES habe ich ja nie besessen. Leider. Kumpel von mir hat ja nur ein Master System. Das ist ja so ähnlich. Da haben wir immer... Unser Klassiker war Ghostbusters. Da sind wir ja nicht gleich gekommen. Kopf an Kopf mit dem grünen Panzer. Ich denke mal hier, der Bewohner ist wohl rausgeflogen. Oder rausgegangen. Ah ne. Jetzt wird er weiter. Nur. Nein, er kommt da. War so klar. Ja! Sorry, Leute, war kurz ein bisschen laut, aber genau in der Ziege ran. Ein Millimeter über der Ziege trifft sich der blaue Panzer. Mann, zweimal Erster in einem Part. Das geht doch gar nicht. Boah, Leute. Oh, Leute, voll, das ist ja drin. Ist das hier links rum, oder? Ist das andersrum? Nö, oder? Nee, ist richtig rum. Ach, ist ja auch bla bla bla. Ich dachte, wir quatschen und fahren. Nee, ist richtig. Äh, was hat der Nei macht? Man kann über die Dinger rüberspringen. Boah, Glück gehabt. Alter, Verwalter, Junge. So ein Mist. Sind wir wieder Sechster. Und Siebter, Achter, Neunter. Zehnter, Elfter. Junge, was ist denn hier los? Nein, du blöde, blöde. Boah. Glück, Elfter. Ne, Zehnter. Um Gottes willen, Leute. Das war ja peinlich. Minus 6 haben wir jetzt. Egal, Innenrennen machen wir noch. Werden wir wieder Erster. So, Leute. Wir mussten die Lobby wechseln. Wegen Datenverbindung. Wir sind zu 9, 8. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Unterwegs. Ähm, Wario Stadium, Stadium. Hätte ich fast gesagt. Papa, 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 Papa. Oh, da war klar. Kann man schon kommen sehen. Und der Letzter? Ne, vorletzter, wie das aussieht. Ach, Mann. Seht wie in dem Penner. Ach, Mann. Sieht traurig aus, Alter. Traurig, traurig. Traurig. Dein, dier. – Statt auf, Mann. Oh man, das ist ein Stress hier Nein War so klar, dass ich nicht bekomme Hey, jetzt hört doch mal auf, ihr Blöden Fünfter, naja Haben wir wenigstens noch Ein bisschen was rausgeholt Keine Minuspunkte Ja Leute, das sollte gewesen sein Ich bedanke mich für das Zusehen Wenn es solche Feinde hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo Und in diesem Sinne Ich wünsche euch was, habt einen schönen Tag Wir sehen uns, bis dahin Tschüss, ciao und auf Wiedersehen